Die Zeit der Vergangenheit 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 Wurde es auserkoren Die Zeit zu leiten und das Licht Jenes welches Die Finsternis in ihre Grenzen verbannte Siehe, ich sende ein Geschöpf vor dir her Das dich behütet auf dem Wege Und dich leitet an den Ort Den ich bestimmt habe Hüte dich vor ihm Und gehorche seiner Stimme Hüte dich vor ihm Und gehorche seiner Stimme Und gehorche seiner Stimme Und gehorche seiner Stimme Und gehorche seiner Stimme Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Siehe, ich sende ein Geschäft vor dir her, das dich behütet auf den Wege und dich leitet einen Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020